Före mich immer auf! Mach mal Piacere, ja? Ja! Für euch! Piacere, come on! Let's go! Tschüss mich. Ist das ein echtes Tier? Sanzierend. Wenn du meinst, dass dich niemand versteht. Erkennst du mich nicht? Was jetzt? Hallo, ich bin deine Tochter. Freut mich, dich kennenzulernen. Ritchi Bravo. Langsam, langsam, langsam. Ja, 18 Jahre ist ja. Was machst du den ganzen Tag? Das ist Geld, das uns zusteht. Meiner Mutter und mir. Ich brauche ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Nicht vordere ich. Glaubst du, dass der Ritchi ein Liebesvertrag nicht ist?